Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wer bis jetzt noch keine Weihnachtsgutli gebacken hat, der kennt bestimmt das Buch hier noch nicht. Es heisst Gutzli, 40 Rezepte aus dem Coop Backstudio und ist von Rosmarie Staufer und Gabi Stambach entwickelt und zusammengestellt worden. In diesem Buch hat es Gutzli Rezepte für jeden Geschmack, jede Gelegenheit und jede Jahreszeit und Rezepte sind so gestaltet, dass nichts schief gehen kann. Ihre Gutzli werden ebenso lustig ausgesehen wie auf dem Foto, auch wenn sie kein Konditermeisterin oder Meister sind. Als Besonderheit von diesem Buch finden Sie auf den letzten paar Seiten eine Zusammenstellung von allen verwendeten Zutaten und einen ausführlichen Beschreib davon. Wie Herkunft, Zusammensetzung, Aufbewahrungstipps und so weiter. Im Coop Kochstudio wird aber nicht nur geguzelt. Da entsteht auch das Rezept, das Sie jede Woche in der Coop Zeitung vorfinden. Am Rezept wird so lange geschliffen, bis es den Vorstellungen bezüglich Nährwert, Kalorien und natürlich auch Budget entspricht. Dann erst kommt der Fotograf und Stylistin zum Einsatz, der das Rezept für die Zeitung ins rechte Licht drückt. Im Moment entsteht das Festtagsrezept, das nächste Woche erscheint. Es ist etwas sehr Feins mit Geflügel, aber mehr möchte ich im Moment noch nicht verraten. Eine wichtige Aufgabe des Kochteams sind auch die Degustationen. Neuheiten werden von den Herstellern, den Einkäufern und von den Konsumenten degustiert und kontrolliert, bevor sie in die Produktion oder im Verkauf gehen. Auch bekannte und längstens eingeführte Produkte werden routinemässig immer wieder kritisch unter die Lupe genommen und mit dem sichergestellt, dass sie den eventuell verändernden Anforderungen noch standheben. Und noch ein wichtiger Punkt. Frau Stauffer und Frau Stambach stehen für Fragen aller Art zur Verfügung. Diese können Sie an den Kochbriefkasten der Coop Zeitung richten, falls Ihnen der Kuchen nicht aufgegangen ist oder wenn es Klümpchen in der Sauce gegeben hat. Fast hätte ich es vergessen. Dieses Buch kommen Sie bei uns gratis über gegen sechs rote Bonds auf dem Weissmehl oder vier grüne Bonds auf dem Halbweiss, Rauch, Vollkorn oder Zopfmehl. Beim Stichwort Troubadour kommt man nicht unbedingt gerade auf eine Kässorte. Und trotzdem trifft der Name auf die Neuheit, die seit einiger Zeit bei Coop erhältlich ist, zu. Der Schweizer Halbherdkäse ist nämlich ein echtes Gedicht. So fein und mild, dass er auch Kinder gerne hat. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Darum gibt es von Midi La Cuisine auch verschiedene Gerichte, damit sich jeder das aussuchen kann, was es am liebsten hat. Weil schliesslich wird heute nicht mehr einfach gegessen, was auf den Tisch kommt. Habt ihr gehört? Das ist es, was heute auf den Tisch kommt. Ich will nasi Goreng. Ich will lasagne. Ich will Ravioli. Nein. Heutzutage wird nicht mehr gegessen, was auf den Tisch kommt. Ich will Bami Goreng. So, guten. Midi La Cuisine von Coop. Jetzt neu mit Bami Goreng. Offenbar wird heutzutage doch gegessen, was auf den Tisch kommt. Und wie man sieht, werden dank Midi La Cuisine die grössten Meinungsverschiedenheiten bereinigt. Jetzt aber noch zu den aktuellen Aktionsangebote. 10 Schweizer Eier aus Bodenhaltung kosten bei Coop nur 3,30. Der lustige Baumschmuck aus Schoggi gibt es für nur 8,50. Und 500 Gramm Jubilor-Bohnen-Kaffee von Coop bekommen Sie über für nur 4 Franken. Ausserdem offerieren wir Ihnen den praktischen Satra-Braglet-Doffen mit Grillplatten für 6 Personen für unglaubliche 75 Franken. Wenn Sie am Silvester nicht einfach irgendwo essen wollen und auch nicht Ski fahren wollen und erst recht früh ins Bett, dann habe ich Ihnen jetzt noch einen super Tipp. Silvester in New York, in der aufregendsten Stadt der Welt, wo garantiert etwas los ist. Sieben Tage mit Linienflüge von der Swissair oder der Delta Airlines in einem Hotel nach Val offeriert Ihnen Coop Extra-Reise schon ab 1490 Franken. Sich über alles Weitere informieren und natürlich auch gerade buchen können Sie jetzt im Reisebüro Popularis über das Gratis-Telefon 155 11 14 155 11 14. Läuten Sie an, das Telefon ist wie gesagt gratis und Ihren Anruf wird noch heute Abend bis am 9 Uhr gerne entgegengenommen. Das war der letzte Beitrag vom heutigen Inforama. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und morgen viel Vergnügen bei mir kaufen im Coop.